ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Sepp ist KOS, oder was? Sepp, Sepp töten Na komm mal, schau mal, Jay ist Trader Der will nämlich schon einen töten Der will dich töten Sepp, denkste? Ich hab die 5 Meter über dich drüber geworfen Ja, ich hab auch voll daneben geworfen Ja daneben, aber ich hab sie drüber geworfen Dass ich die gar nicht treffen kann Was ist das denn? Achso Leute, genau, die Sachen hängen ja hier an der Decke Christian und ich sind alleine, Peter will weg Ich suche neue Granaten Achso, achso Peter Bram, ja So, Bram ist Trader Wo ist denn der Rest hier? Ja, Bram ist Trader Genau, komm nicht mehr rein, doch jetzt Boah, was ist das denn für ne geile Position Warum qualmt das eigentlich hier so komisch? Leute, ich bin mir zu 99,8% sicher Es kann immer noch schief gehen, dass Peter Traitor ist Und wieso? Also, nix obertrick Der hat gerade geschaut Ich suche neue Granaten Vor, zurück Vor, zurück Okay, alles klar Dann mach ihn weg Das hört sich jetzt echt logisch an Aber du hast ja in oben nichts gemacht, Peter Waren wir doch zu dritt Hier ist ne Bananenbombe Hier hat jemand ne Bananenbombe nach oben geworfen Oh Leute, WTF Jay, Jay Bram, nein, Bram, nein, Bram Da ist doch Peter Da kommt Peter, Peter ist Bram, Bram, Peter Peter ist Bram, wir müssen runter Ich dachte, die sind oben Unten war die Bananenbombe, die kam von unten Also, Bram und Peter Ah Okay, Dalu, hast du Peter gemacht Ei Okay, Peter hat dich Da ist ne Bombe explodiert Lol Da kann man auch nicht sagen Scheiße Das war ganz schön knapp, ey Da hat die Bombe gekämpft Da wird gewordene Stachelschweine aus der Tür gerannt, ey Und ballert mich über den Haufen Aber was ist dann Jay und Peter, oder was? Bram ist Peter Ich sag Bram und Peter Nein, nein, nein Ich sag Bram und Peter Peter ist Bram Ich suche neue Granaten, ey Und dann tanzt der wieder einen ab Du warst eigentlich für eine bescheuerte Pose Da guckt man doch Dann danzt er los, ey Ich hab mir auch geglaubt, dass er neue Granaten sucht Ich hab auch neue Granaten besucht Und dann hat er angefangen, vor und zurück zu gehen War da Peters Kollege, war da schnell Schon nicht schlecht Ja Nee, war Bram Und dann hast du irgendwas gedacht, aus dem Fenster, dass ich dich gesehen haben könnte, als du dann geguckt hast Ja, ich hab halt versucht, einfach mal cool zu bleiben Weil eigentlich hab ich in der Position, da gerade eine gute Position für eine Bombe gezogen Ich komm nicht hoch Oh Ach so Wann war das? Der ist direkt was explodiert Wuuuui Echt? Das war ja nichts wichtiges Oh oh, da fallen wir schon runter die Discos hier Party Disco Disco Oh Gott, Alter, das wird mal Peter, Peter Du Wieser Mixer Der hält, hält der die in der Hand Du Wieser Das sind keine Discos, das sind Incentaries, die hier runterschmeißen Da fliegt was Der ist wieder gefallen, ja Ja Aber Also wir sind zu dritt hier oben, ja Neben mir Wir sind zu dritt hier oben Da schwimmt gerade einer Stimmt, da schwimmt noch einer Du guck mal kurz, was du sagen kannst hier draus Ich hab immer geguckt, was du sagst Ich will nicht dich da eigentlich runterschmeißen Ja Peter Was ist denn jetzt wieder passiert? Hier oben passiert, hä? Peter hat Bram gerade mit der Chroma runtergestorben Es ist Peter Ich sag dir, es ist schon wieder Peter Ja, ja Kann ich dich hier oben runterschubsen? Peter kommt zu mir, Peter kommt zu mir Ist Bram hier irgendwo gestorben? Hab ich nicht gesehen Ja, du kannst doch die Taube raus und ich bin Indow Gegen die Taube will ich nichts machen können in der Zeit Ich hab ihn nicht gesehen, ich hab auch nicht gehört, dass du ihn weggeballert hast Wo ist denn Jay? Warum interessiert Peter denn nicht, was Bram war? Oh, Bram hat er nicht überlebt Bram hat er nicht überlebt Habst du ihn einfach so random gekillt und dann war Trey dann nein Jetzt ist er wieder getriggert Jetzt kommen wieder hier alle gegen Bram Jetzt ist er auf jeden Fall Ich würde fast behaupten, dann ist Peter das nicht Das war jetzt wirklich eine ziemlich abgefuckte Situation Also ihm wird da zumindest angezeigt, dass es ja sein Kollege ist Ich glaube auch nicht Ja, aber das ist immer noch Peter Ja, pass auf, du kannst ja mit der Crowbar kannst du ja Leute ein bisschen schubsen, ne? Ey, Peter lass dich da nicht einlummeln, ich glaube Und das ist ja eigentlich nicht so weit Und ich dachte so, ey, kann ich Bram eigentlich aus dieser Entfernung schon darunter schubsen? Und dann hat er einen Sprung gemacht Peter? Was denn? Kannst du die Leiche von ihm betrachten? Ne, gerade nicht Ey, wo ist sie denn? Sie ist hier bei mir und da, du, Peter Sag dem doch nicht, wo die Leiche ist Es sind eh alle da Ja, sag dem nicht, wo die Leiche ist Ich will nur, dass sie sicher ist Doch, die ist hier, die ist hier Ich hab sie gefunden Warte Weil Sepp sagt, sie ist bei ihm Ja, ich bin doch auch hier Schützt mich! Schützt mich! Okay Er schwimmt Er schwimmt Das ist schlecht Schützt mich! Schützt mich! Ja, auch wenn du den da rein schmeißt, dann schwimmt der Peter Ja, das stimmt eigentlich Du den doch einfach irgendwo, wo jeder den sieht Das ist doch viel einfacher Schmeißt den einfach in die Lava Okay, schmeiß den Lava In die Lava Deck ihn, niemand weiß, wo ich bin Das ist gut Dalo rennt dir hinterher, ne? Naja, der weiß auch nicht, wo ich bin Dalo rennt dir hinterher Wieso ist denn Jay schon wieder Doch, Dalo hat mich gefunden Scheiße Ja, sag ich doch Ich bin die ganze Zeit unten Da ist Sepp Ich bin die ganze Zeit unten Da bin ich halt auch Flucht von Dalo mit braunem Slach in der Hand Warum rennt denn der Dalo die ganze hinterher her? Da blubbert einer Wir haben immer noch die ganz blöde Bef... Sepp ist es! Okay Okay Was ist der denn? Der war draußen am umgefallenen Schiff War er Abram Da ist er Er ist an der Backsteinhütte Der geht rein glaub ich Das ist doch gut Warte Gib dir noch kurz einen Unter Backsteinhütte Alter Sepp ey Nein! Vorsicht Peter, da unten ist der irgendwo Der war bei den... Nein 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 der war bei den Bäumen Ach was denn... Was sagt denn der Jay denn da an ey? Oh shit Ne aber nicht, hast du ihn gesehen? Ne Nur die Schüsse gesehen Könnt ich besser sowas hier nehmen? Probieren wir nochmal sowas Probieren wir nochmal sowas Ich glaub den zweiten Trader auch noch killen Das wär nochmal... Was sind denn für die Punkte wenn du den da runter schubst? Äh... Ich... ich hoffe... Ja in dem verspreche ich jetzt ausnahmsweise mal nicht Alter das sind alles kleine Penisse hier Ich kann den jetzt aber nicht gerade wiederbeleben oder? Aber gute Frage... Ne der weiß gar nicht wo der ist Also vielleicht weiß er schon Aber ich hab versucht ihn zu verstecken Ich hab nur gerade vergessen Wo hab ich ihn versteckt? Weiß gar nicht Hast du ihn gerade geschossen? Ja ich glaub der ist beim Backsteinhaus Da in die Richtung wo du gerade rennst ist der hin Hast du er ins Wasser gesprungen? Vielleicht hast du er ins Wasser gesprungen Der kann auch hochklettern Alter wo ist... Oh Gott da ist er Mama Mama Christian! Was denn? Ach Kacke! Boah hat das geknackt Alter! Konfrontation Da hab ich gern schon geflogen Ich hab sich da die ganze Zeit Wie so ein Ninja versteckt hat Ich hab versucht Ich hab versucht Peter der war doch hier irgendwo oder? Hab ich nicht mit gerechnet Da der Peter so ein Assi ist Ach der Wo war der denn? Wo hast du den versteckt Peter? Nach irgendwo in den Bäumen Hab ich selber tatsächlich vergessen Irgendwo in den Bäumen genau Hab ich schon wieder vergessen Wunderbar wunder Ich hatte nämlich nur gesehen Dass du da hinten hingelaufen bist Und dann wollte ich halt Bram finden Aber dann Hast du mich leider gesehen Ich hab die ganze Zeit gehofft Dass du Peter Als er im Wasser war hinterher springst Und ihn einfach kurz weg machst Äh Wie meinst du? Als Peter an dir vorbeigelaufen ist Mit meiner Leiche Hab ich so gedacht Komm wir springen einfach nach dem Weg Weil der alleine ist Ich wusste Dalu war hinter ihm Dalu war ja auch meilenweit hinter dir Ja Ich hab Peter auch irgendwann verloren Ich kenn aber Dalu Ich hab lieber Dalu schnell weggemacht Dalu hat bis zum Schluss gedacht Ich wär der Trader Das weißt du überhaupt nicht Das weißt du überhaupt nicht Was ich gedacht hab Ja Hey Was wird hier oben für Werden hier für Geschenke fallen gelassen? War keiner Der hat sich grad umge... Der hat... Als ich grade selbst hier geguckt hab Da lag hier ne Diegel Gefällt mir nicht Gibt da mal so ein Geschenk zurück Okay Da unten im Wasser liegt ne Sniper Okay Lag da ne Diegel Was? Als du da in dem Haus gesessen hast Dachte ich da liegt ne Diegel Okay Ich saß aber nicht im Haus Ja doch an der Kiste In der Runde davor Wo du grade noch Peter abgeschossen hast Okay, ja Disco Nein, nicht Disco Plasma Oh Leute, ihr wärs runtergekommen Aber die macht immer noch Action Und... Wo war die? Der hat Bum gemacht, Alter Peter? Oh Peter snipe Oh Peter ist Trader Der schießt Kann man die eigentlich kaputt machen? Peter schießt Ich hör eine Crowbar hier unten Ich schieß überhaupt nicht Ich labere doch kein Bullshit Gleich schieß ich dich echt ab Just for the lols Ja Just for the points Hat er gesagt Macht's doch eh Peter Just for the points Hat zugegeben Sepp ist tot Bombe! Boah das war knapp Dalu war in der Nähe von Sepp Ich bin in der Nähe von Peter Sepp ist auch nicht wirklich tot Und zwar richtig nah Peter wird beschossen oben Peter ist tot Irgendwer da oben war hat Peter getötet Hat Dalu ihn getötet? Wer ist unten? Ich bin in dem Haus 2. Etage Ich bin dritte Etage Dalu Ja ich bin ja unter dir dann Oben ist keiner Und Peter ist Chris oder Bram Oben ist keiner Hattest du die Mellen Bombe? Ja Alles klar Ich hab die Mellen aktiviert Wie ist keiner? Ich werd's schon wissen Wundert mich, dass die nicht bei mir aktiviert wurde Dalu Ja als ich drüber gelaufen bin ich zurückgegangen Da hab ich das sogar gesagt mit Bombe Wo lag die? Im Treppenhaus? Zweite Etage vorm Treppenhaus Und leicht rechts davon Hä? Da ist auch noch diese Explosion War komisch das Warte mal ich komm zu dir Ich bin ein unter dir Da Hier an dem Ding ist das Dalu hat mich getötet Dalu Hinten Oh Gott Er ist im Wasser Weg mit dir Ich leb noch Als ob du Second Shelds hast du scheißlacker Still alive Hans J Er ist unter der Insel Unter der Insel an den Lavaseen Na da Jetzt ist er wieder untergetaucht Nein Oh Mann ey Das Geile ist Das Geile ist Das Geile ist, dass ich sehe Wie einer von den beiden Ich weiß nicht wer die Bombe plantet Diese Melone Ich bedenke so geil Läuft seine Wand einfach hinterher Und dann rechnet der nicht mit Und in dem Moment geht die dann doch Hochpeilig Weil mir Weil mir der andere Traitor entgegengelaufen kommt Oh Mann ey Und mich blockt Und dann kriege ich den Damage Alter Das ist aber ganz schön assi Und Dalu dann so Oh jetzt was explodiert Ich hatte erst die Vermutung Dass ich halt die Mine gesetzt hab Und dann Dalu die dann ausgelöst hat Um sich ähm Ne ich dann hinter dir Ne ne ich war nicht mal in der Nähe der Mine Ich war oben am Dach Und hab Peter umgebracht Ja das Geile ist Dalu sagt Hä ich bin hier direkt bei Peter Und Peter stirbt Sag mal war jemand in der Nähe von Peter Das war's Aber dann hätte er doch an mir vorbeigangen Ich bin doch extra auf dem Kuppel gegangen da oben Wacke Peter Ich bin die Leiter von außen hochgegangen Und dann wieder runter durchs Wasser Der war aber ziemlich schnell So Eis Alter läuft grad hart nicht Mal läuft bei Ganz viel grad hart nicht Dalu Ey Bram Richtig schön dafür gesorgt Alter sie hat mir voll Schaden gemacht Du hast grad sogar erwähnt wollen Christian Ja aber dann willst du von mir Ich hab die mit Sicherheit nicht geworben Disco Nein Bram war das Bram ist Trader Der macht nur Blödsinn mit Granaten Okay Sepp is it Glaub ich dir nicht Sepp is it Wie safe hast du das Das sagst du doch jetzt einfach nur Ich halt mich da erstmal raus Ne das ist jetzt Sepp auf jeden Fall Der blampt mich Und keiner weiß wieso Ja du willst ganz viele Granaten du musst Ich bin das Wasser hochkriegen Ach ich bin nur mit Christian Und Christian in der Disco geschmissen Und ich hab auch eine Jeder hat sich vom Haus geschossen Lachschieß JEP Bram hat geschossen Bram J Wer hat denn da jetzt Kannst du den da noch konfirmen bitte Ja sicher Peter bist du tot? Nein Peter ist um Nein Wir chillen nicht gemeinsam Der ist confirm Bram ist oben gegen die Wand geflogen Deswegen denn wegen den Dings Kann ich dir nicht confirm Ja 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 Der ist nicht Die Schwerkraft Der ist nicht Die Schwerkraft Welche Etage denn? Ähm Peter kommt jetzt mal gucken Mit der Shotgun Ich komme nicht runter Ich Ey was soll das? Ich krieg den nicht Ich bin bei dir Oh du willst dich Ich dachte der killt mich hier gerade Warte Ich bin bei dir ne Ja ist schön Ich versuch dir zu helfen Ey Sepp das ist glaube ich Dann Jay und Peter Pass auf Bullshit Haben wir doch nicht geschossen Jaja Und jetzt kann ich den nicht confirm Ich glaube ich muss den mal weg Nee kann er wirklich nicht Der ist Ich kann den nicht confirm Der hängt halt da oben an der Decke wo du nicht dran kommst Kann man irgendwie die Sepp wann gibt es denn hier so So Schwerkraft Ja gibt es immer Die gibt es doch immer Hä? Da ist noch einer gestorben Christian ist tot Fuck 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 Und geknackt Alter Ich hab wieder mega krass geknackt Jawoll Hab ich geknackt? Nee der Sepp Nee der Sepp Nee der Sepp sorry Nicht der Sepp Christian Achso ich hab nicht Ich hab Jay erst verstanden Peter ist erst offen oder? Nee ich bin runter gefallen Achso Jay am Anfang der Runde hab ich gelacht weil ich wusste dass du Trailer geworden bist Ja 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 ist klar Irgendwo ich zu dreckig gelacht hab und rausgegangen bin Kannst du nicht so den gelacht Ganz am Anfang Hä? Hä? Verstehe ich nicht Können zurückspulen die wissen das Ich kann mich daran erinnern In dem Moment dachte ich nämlich schon dass Dalu da was weiß Als Jay so reagiert hat von wegen Oh! Und Dalu so ja Ja ist klar ich geh mal raus Äh verdammt ey Du hättest zwar drauf reagieren müssen Predder So ein Wissen musst du eigentlich Jusen Ich war Traitor Ich durfte da nicht reagieren drauf Achso zu dem Zeitpunkt hab ich noch nicht mal drauf geschulleckten Sonst hätt ich ja nicht gewusst dass Jay Traitor war das stimmt das macht voll Sinn Nein Das passt da oben Oh das ist knapp Ich hab einfach hier mal so ne Granate um den Boden platziert und dann kam der Christian. Ich glaub Peter ist die Runde Indo. Meinst du? Ja. Ne, ich bin mir ziemlich sicher. Moment, oder er ist Trailer, weil Dalu auch Trailer ist. Ne, wegen dem was er gesagt hat. Weil ich gesagt hab, zum Glück, hab ich nicht wieder einen random gemacht. Ja, weil du gesagt random. Wenn du Trailer wärst, wär's ja kackegal. Meinst du nicht, dass ich klug genug bin, dass ich das dann genauso gesagt hätte? Ja, also schon, ja. Du hast ja gerade hochgeklettert. Aber in der Situation, ich bin gerade hochgeklettert. Es war eher so euphorisch, so wie... Hat Gott sei Dank seiner gestorben. Ja, damit du mir nicht hinterherläufst. Das machen wir schon mal so. Das ist Standard mittlerweile. Ins Treppenhaus, okay. Nicht ins Treppenhaus, vor die Leiter. Vor die Leiter machen wir in der Linie. Ja, ich will auch nicht, dass hier einer hochkommt. Oh shit. Und was ist das jetzt? Das hat nicht funktioniert. Ja, wieder mehr Discos. Ich will da auch noch einer runterschmeißen. Oh, Peter. Alter! Nein! Peter! Ey, wieso? Vergiftet worden. Nee, Peter ist vergiftet. Wer war das? Keiner hier oben. Keiner hier oben. Hier war noch einer hier mit mir in dem Haus gerade. Ich weiß nicht, wer mit mir... Da, Jay ist mit mir im Haus. Nee, nee, nee. Mach den einfach weg. War den unten einfach, oder? Ja. Peter ist gerade gestorben. Peter ist gestorben. Hast du gesehen. Logisch. Der ist ja auch vergiftet gewesen. Ja, der ist da da, du. Der ist so ruhig. Der hat noch keine Theorie aufgemacht. Achtung, Bombe! Der ist da, du. Ja. Safe da, du. Ich hab euch noch gewarnt vor der Bombe. Ja. Der hättet auch weggehen können. Ja. Ja, ehrlich. Vielleicht aber auch nur, weil du wusstest, dass sie explodiert. So, wie sieht's da oben aus? Oben ist alles safe. Bram, Chris? Alles safe. Ist deine beide tot? Nein. Alles klar. Ey, Sepp. Ja? Ich werd auch dich töten. Ich bin im Basement. Ja, dann mach das. Also, wenn du mir da entgegenkommst. Ne, ich bleib hier unten. Ne, vier. Da oben ist... Da oben ist mir zu heiß. Bleib du doch einfach da oben. Ich bleib hier unten und Dalu ist irgendwo. Keine Ahnung. Noch mal einer vom Haus runter. Dann bin ich einfach weg. Nächste Bombe geht in 32 Sekunden hoch. Hab ich mich erschrocken. Bram ist der andere. Nein, nein, nein. Du bist das. Mieser Penner, ey. Dankeschön, Bram. Wow. Echt jetzt, ey? Wow, bist du vollidiot, ey. Hat das gereicht? Ne, hat nicht gereicht, oder? Ja, reicht nicht. Schade. Ich bin der Vollidiot. Ich hab doch gefragt, ob da oben noch jemand lebt. Und du sagst nix. Ja, natürlich sag ich nix, weil du jetzt das sein könnt. Ja, dann ist du ja doch für mich direkt K.O.S. Quatsch. Aber Dalu sagte doch, auf dem Dach sind nicht alle gestorben. Ja, sicher. Und da gehst du aufs Dach und das erste, was du machst, ist da hochgehend. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt haben wir nur ein bisschen zuhören müssen. Ne. Ja doch, ist halt so. Das musst du gar nicht so umstellen. Ganz sicher. Ja, Sepp, da haben wir gut Stress gemacht, glaub ich. Weißt du, Dalu sagt doch schon, da oben hat einer überlebt, was machst du, gehst da hoch, ey. Ja, Dalu, der Confirmed Traitor ist. Genau, der sagt, da oben lebt noch einer. So sieht's aus. Ja, genau, genau. Deswegen hör ich auch auf Dalu. Das ist voll klar. Ich bin total der Idiot. Unglaublich. Wenn der sagt, da oben ist die Granate explodiert, äh die Bombe explodiert. Das war einfach richtig dumm von dir. Das war richtig scheiße von dir. Ne, das war scheiße von dir. Nein, das war richtig schlecht von dir, warum du da hochkommst. Ne, das war richtig schlecht von dir, warum du da hochkommst. Ne, das war richtig schlecht von dir. Ne, das war richtig schlecht. Ich hör doch kurz, dass da einer isst. Ich glaub, ich hab schlecht geschickt wieder. Hey, ich kann doch da gar nichts dran riechen. Ja, du hättest doch wissen können, dass ich da oben bin, weil der sagt, da oben lebt doch einer. Ich hab doch gefragt, lebt doch einer und da kommt keiner von euch. Ja, Dalu beantwortet ihr das. Da oben lebt einer überlebt. Ey, unglaublich. Ja, unglaublich. Wie unfassbar dumm du bist. Das stimmt. Ey, ich häng fest. Ich häng fest. Ich bin festgebugt. Der hat ja nicht ein... Oh nein! Was? Es war mir klar, dass Fred ein Traitor ist. Das macht er nicht. Das wird doch nicht gemacht. Ich war der zweite und ich war festgebugt. Oh nein. Bist du verbrannt? Wenn ich so eine Granate gelegt hab, war ich festgebugt in der Leiter. Weil ich den direkt abspust. Oh, so eine Kacke. Das ist geil. Nein, wusste ich nicht. Tut mir leid, Peter. Ja, geile Runde. Aber fair. Fair. Richtig. Gute. Geile Runde. So, wir bedanken uns. Hau rein. Tschüss, Lü. Tschau.